Ein Jahr Leiterkundenform, ein Jahr Leiterkundvertrag, ein Jahr Leiterkundoffensive, ein Jahr Leiterkundplexe, ein Jahr Leiter Onlinezufriedenheit, ein Jahr Leiterkundenzufriedenheit, ein Jahr Leiterkundenzufriedenheit, ein Jahr Leiterkundenzufriedenheit, ein Jahr Leiterkundenzufriedenheit, ein Jahr Leitervertragszufriedenheit. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel bei Familie Sturm. Was dann da bist? Eben 100.000 Mal. Und wir gehen erst wieder, wenn Familie Sturm dort. August, das 1&1 Kundenforum geht online. Dezember, die Vertragslaufzeit erreicht höchstwerte. Hallo, ich bin bei 1&1. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Ich war dabei, als wir als erstes kostenlos WLAN angeboten haben. Oder als wir die Flatrate für alle bezahlbar machen. Telefon und Internet. Aber die neuesten E-Mail-Waltzungen von 1&1, die sehen Sie hier. Das geht nämlich ich, der neue Leiter, für Kunden zufrieden. Ab sofort werden Sie von jedem und ich persönlich von hier auf Fragen können. Und wenn bei Ihnen die Masse-Laris-X-WLAN-Zalda machen. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft. Ringen wir es zu zu machen. Auch wenn Sie mit einem Produkt nicht 100%ig zufrieden sind, verbessern Sie es. Damit schließen Sie aber rein mit einem Mellernkuss. Gut, sehr gut. Sehr und transparent. 1&1. Woh. Viele unserer Plätze in Runden wünschen sich mehr Reichweite für ihr WLAN. So, Kajon. Aufs Nerv, Nerv. Unserfach mit mehr Antennentechnik. Und die technische Reichweite. Woh. So, Kajon. So, Kajon. So, Kajon. So, Kajon. So, Kajon. So, Kajon. Internet und Telefon. Kajon. Kajon. So, Kajon.